Ja, und mein Name ist Lucy. Ich bin Deon. Wir sind THIAWO und heute bei 16 Bars. Also wir kommen aus Saarbrücken, kennen uns schon seit fünf Jahren, haben dann angefangen Musik zu machen und gemeinsam das Projekt THIAWO hochgezogen. Und sind quasi ein klassisches Rapper-Produzenten-Duo. Also ich habe früher, ich habe mit zwölf angefangen zu rappen, so ganz normal, wie das jeder macht, wahrscheinlich so Juts-mäßig in Studios und dann Songs aufgenommen und schreiben und erste Juts-Gigs und so, das hat sich dann ewig gezogen. Und ja, irgendwann war mir dadurch auch nur ein anderer Künstlernamen und so, also soll man auch nicht mehr hören. Und dann irgendwann kam so der Punkt, wo ich gedacht habe, ey, so bockt irgendwie nicht mehr, ist mir zu langweilig. Ich habe halt so wirklich so Boom-Bap, Old-School-Sachen gemacht und dann kam mir so ein bisschen die Idee, vielleicht rockig, so ein bisschen mit Gitarre-Kram halt auszuprobieren. Und dann habe ich Deon kennengelernt. Wir haben angefangen THIAWO zu machen und haben das so ein Weilchen ausgefallen, zwei Jahre oder so, bis wir dann das erste Mal was rausgebracht haben. Und jetzt seitdem machen wir THIAWO. Geil, ihr habt ja letztes Jahr Oh Lucy veröffentlicht, euer Debütalbum, davor habt ihr ja noch ein Projekt veröffentlicht. Wie zufrieden seid ihr damit, wie das angekommen ist bei den Leuten? Wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Also wir sind mit Oh Lucy, war nach, in der ersten 24. Mal gegangen mit dem ersten Album, mit dem Debütalbum. Das ist mega fett, mega glücklich einfach und haben halt wirklich so eine echt eigene Base uns angeschafft mit diesem Album. Wir haben eine super, super geile Fanbase, die mögen genau das, was wir machen und deswegen sind sie da. Wir haben dann einige Festivals gespielt, haben im Winter unsere erste eigene Tour gespielt, haben dann noch Genetik-Support-Tour gespielt, haben danach noch Mike Shinoda-Support gespielt, also der Mike Shinoda von Linkin Park und vorher noch Machine Gun Kelly und also, ja, man, bei uns ist sowieso der Fokus auf live, weißt du, also wir machen ein Album, so wir machen das Ganze, so Album und Interviews und Videos und alles drum und dran am Ende eigentlich nur, um live auf der Bühne zu stehen und halt live Musik zu machen, so, weil das ist, das ist unterm Strich so das, was dann zählt und das war hervorragend Ende des Jahres. Auf OTW sagst du, Leute sagen, Dicker, mach mal so viel Travis, wenn du kannst, doch deutscher Rap ist dick, schwul und beitet Ami-Müll aus Angst. Ihr habt vorhin schon über Einflüsse gesprochen, was stört euch denn also an der Hand dieser Zeile anscheinend daran, wie sich deutscher Rap entwickelt oder an was er sich bedient? Ach du, das ist weniger was, was uns stört, also wir bedienen uns ja auch, sage ich jetzt mal, an modernen Sachen, aber es ist halt eher so ein, gerade als wir das geschrieben hatten, fing es so gerade an, dass auf einmal so jeder so draufgesprungen ist, weißt du, und jeder hat sich so draufgeworfen, hat so gesagt, so, wir machen das jetzt auch so und ich habe so gedacht, boah, nervt halt, also nervt mich so, weil ich höre ja gern deutsch Rap und wenn mich, ich bin dann halt traurig, wenn ich nichts zu hören habe halt gerade, ne? Und das war in dem Moment und deswegen, und dann halt noch die Savaschlein, weil, ja, keine Ahnung, da hat mein kleines Rapperherz geschlagen und hat gesagt, ey, schreib jetzt noch eine Hommage, mach noch eine Savaschlein rein und, ja, deswegen. Auf Tapir sagst du, selbst mein Tod lässt sie kalt, denn sie findet was Besseres, das, da habe ich mich auch wieder an Kurt Cobain erinnert gefühlt, gehe ich recht in der Annahme, dass sie die Kunst ist oder die Musik oder? Ne, es geht um Geld, guck mal, wie beginnt denn der zweite Part? Und, und, und ich will nicht wissen, in wie vielen Händen sie schon war, weißt du, so, das ist so, das geht ja um Geld, ne? Also, wir haben halt den Refrain gekriegt von Kit und dann überlegst du dir erstmal, ähm, okay, wie kommt das jetzt, wenn wir, also, es geht um eine Frau so mäßig und, äh, wenn so zwei Männer so, da für eine Frau so singen irgendwie, ich habe mich da drin nicht wohl gefühlt und dann, äh, musst du halt irgendwie einen Weg finden, so was, was cooles zu bauen und, äh, weil ich das Text, ich noch nicht behandelt habe, irgendwie, ähm, über Geld zu singen, geht's in Tapir, äh, auch um Geld, ja. Und die finden natürlich was Besseres, wenn ich nicht mehr da bin, halt, ne? Das finde ich schön, ähm, tatsächlich, äh, war eine meiner Lieblingszeilen, Money, Money will mehr und legt im Label die Songs hin, Geld verliert seinen Wert, seitdem ich nicht mehr im Soll bin, ähm, und ich glaube, das Gefühl, dass Geld einen hohen Wert hat, dass, damit können sich viele Leute identifizieren, aber vielleicht magst du mal erzählen, was denn, seitdem du nicht mehr im Soll bist, an Wert dazugewonnen hat für dich? Ja, viel mehr Wert, äh, an Wert dazugewonnen, seit ich nicht mehr im Soll bin auf dem Konto, ähm, hat, äh, ja, ist dann, wir, wir haben halt super viel zu tun, wir arbeiten wirklich die ganze Zeit, wir haben uns auch so ein großes Studio gebaut, bei uns zu Hause in Saarbrücken und, äh, sind von Projekt zu Projekt da am Hangeln und, äh, die ganze Zeit am Songs schreiben, dann immer wieder live unterwegs, wir spielen super viel und, äh, ja, in der, in der Tat hat wirklich an Wert gewonnen, also, viel mehr Wert, nochmal, also Freunde zu treffen oder mal, äh, meine Mutter zu besuchen, weil es wird immer seltener, so, und wenn man das dann macht, dann, dann, also, wenn man dann so viel zu tun hat und so, dann merkt man, boah, das ist eigentlich so, auch super essentiell und das war vorher viel, viel mehr da und jetzt viel weniger und dann wiegt das halt viel mehr, ne, und das Geld, äh, ja, wenn du mehr davon hast, dann ist halt irgendwie nicht mehr so, nicht mehr so wichtig, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, du hast vorhin gesprochen, dass, ähm, ihr was geschrieben habt, ist das so ein gemeinsamer Prozess beim Schreiben oder schreibst du die Songs alleine? Und das ist genau das, das Ding, was uns vielleicht da auch nochmal unterscheidet, also, äh, wir gehen ja nicht hin und, äh, picken Beat und dann schreibt, äh, schreibt, äh, Lucy einen Text drauf und so, sondern, äh, der Gedanke ist ja das Ganze, was, äh, lyric irgendwo textlich, auf einer textlichen Ebene stattfindet, halt auch irgendwo in Gewand, in musikalisches Gewand zu pressen, was Sinn macht, also, ähm, die Instrumentation macht halt genauso viel Sinn und kann auch, auch wenn es nicht immer offensichtlich ist, halt auch, äh, irgendwie Textzeilen oder lyrische Passagen einfach instrumental darstellen. Und das finde ich halt immer wichtig, also, für mich als Künstler, ähm, ist immer so dieses Gesamtwerk, die Gesamtkomposition super wichtig. Und deswegen ist es halt, äh, für mich immer der gesamte Song, der betrachtet werden muss. Ich hab vorhin auch darüber gesprochen, dass eigentlich euer großes Tier ja Live-Auftritte sind, ne? Und ich hab einen Auftritt gesehen, den ich ganz cool fand, und zwar den bei Circus Halligalli damals, ne? Wie war das eigentlich für euch so als Gefühl? Es war ja auch noch, ich sag mal, vor dem Hype so groß, ne? Ja, ja, ja. So und das war total, das haben wir alles eigene Faust halt gemacht, IP rausgebracht, die ersten Leute so bei uns zu Hause haben das gehört, Freundesfreunde, weißt du, haben dann einen kleinen Club ausverkauft bei uns in Saarbrücken in der Garage und dann so kurz drauf kam halt dieses Zirk Saligalli-Ding, da haben wir dann Huckleberry Finn rausgebracht und das war dann mal so der erste Flugmoment so. Wir waren dann auch halt in Berlin, haben dann abends diese Show geguckt und dann das erste Mal so, wo du dann in iTunes Charts reinrutschst und so, wo du dann da stehst und denkst, oh geil und so. War auf jeden Fall ein sehr, ein großer Energygeber dieser Moment bei Zirk Saligalli. Es war sehr lustig, hat Spaß gemacht, aber darunter würde ich jetzt nicht einen typischen Thiavo-Live-Auftritt verkaufen. Also der schönste Live-Moment, das ist ganz, ganz schwierig zu fassen, also dann gibt es einmal, da gab es einmal für mich so unsere Saarbrücken-Abschlussshow von der letzten Tour, das war total krass so, weil ich habe in Saarbrücken und in Umgebung in meinem Leben halt schon, keine Ahnung, hundertmal in Jutzen gespielt und dann kommst du auf einmal und spielst da einen Laden mit 600 Leuten so und es ist voll und die sind alle wegen dir da und tragen die Klamotten und so und dann denkst du so, fuck ey, was ist eigentlich passiert? Das war ein wunderschönes Konzert, auch, keine Ahnung, wir haben eineinhalb Stunden gespielt und abgerissen und es war fett und aber halt auch noch der, immer noch der Splash, Gastauftritt bei Genetik, der hat sehr, sehr gepikst im Herzen, ja, das war auch ein unfassbarer Live-Moment. Kannst du das unterschreiben oder hast du noch? Ja, absolut, also für mich, also für Lucy war es sicherlich noch krasser, weil natürlich als Frontmann ist er da, konnte er auch da irgendwie den Laufsteg nutzen ins Publikum rein, das ist natürlich unfassbar krass. Ich habe ja dann eher irgendwie dezent den Sidekick irgendwie übernommen, dann im Bühnenbild integriert von, aber gut integriert. Nee, aber es war halt schon, du fährst ja halt schon einen Film ab, so ist wie in so einem, also wenn du das erste Mal so ein Riesending spielst, ist wie halt in so einem Traum, du gehst auf die Bühne und dann schaltet sich automatisch alles andere aus. Und wie genau haben Genetik euch denn überhaupt entdeckt? Das Saarland ist klein, sagt man ja überall, also ich habe jetzt schon mitbekommen, in NRW ist es wirklich teilweise so, dass die Leute irgendwie das Saarland so als Sinnbild für was Kleines benutzen. Zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, dein Da-Da-Da ist so klein wie das Saarland so, weißt du? Und ja, Saarland ist wirklich klein, irgendwie eine Million Einwohner und da kennt man immer irgendwen. Und tatsächlich über Freunde, schon lange bevor unsere erste EP rauskam, habe ich Kontakt zu Kappa bekommen und wir haben immer mal wieder gesprochen und das wurde dann irgendwann mehr. Die haben gesehen, boah, die Jungs, die machen ihren Job gut, von ganz allein machen die ihren Job gut und dann haben wir irgendwann bis Uso rausgebracht. Und dann kamen wir konkret halt, haben wir halt gesprochen, bei denen wurde es klar, dass die von Selfmade weggehen, ein eigenes Label gründen und dann war auch super schnell klar, dass die das mit uns zusammen machen und wir erster Eck dort werden. Ja, und seitdem sind wir OTW. Auf Nichts-Aus-Gold hast du, sagst du ja, hörte Fötus in meinem Schulbus, hast du wirklich, 2010 oder so war das ja, glaube ich, mit Fötus, damals schon Genetik gepumpt? Komplett, ich war ein, ich war riesen Genetik-Fan, ne, kleiner Kerl aus dem Saarland, erste Gruppe. So, ich weiß noch genau, wie das war, da kam Inkubation erstmal so raus, der hatte dann, das war richtig krass, der hatte 25.000 Klicks in einer Woche. Das waren damals so überfett für Saarbrücker Verhältnisse und dann ging das irgendwie so hoch und auf einmal kamen noch Songs raus, dann kam Puls, dann kam irgendwann Genie und Wahnsinn und auf einmal Selfmade-Signing und so. Und das hast du so im ganzen Saarland, jeder hat das so gemerkt und ich war, keine Ahnung, wie alt war ich da, 13, 14 so. Und dann, ja, hab ich, natürlich, ich kann, ich kann Fötus heute besser auswendig als Kappa, hundertprozentig, ich bin mir sicher. Ja, das ist doch geil. Inwiefern zieht ihr zwischen euch und Genetik denn eigentlich Parallelen? Weil ich meine, ihr seid auch Rapper, Produzent, aber eigentlich ja schon mal noch ein bisschen anders, ne? Was ist gleich bei euch, was ist unterschiedlich? Ich, also was gleich ist, du kannst ja irgendwie, du kannst ja Unterschiede machen. Ich mach mal, ich versuch mal zu machen, was gleich ist. Also erstmal natürlich, klar, Rapper, Produzent ist ziemlich, so wie so ein Abbild, also sie haben sich auch Rapper und Produzent ausgesucht. Ich glaube, Kappa und ich haben eine recht ähnliche Art zu rappen, so habe ich jetzt auch schon oft gehört, irgendwie von außerhalb. Vielleicht liegt das auch an unserem Saarland, weil wir irgendwie da so reden oder vielleicht liegt das auch dran, dass wir beide südländische Wurzeln haben oder halt auch viel mit Frankreich zu tun haben. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Parallele und wir haben eine Parallele darin, dass wir sehr perfektionistisch an unsere Arbeit rangehen und das alles so ein Bild ergeben muss. Also wir sind dann nicht so die, boah, heute einen Song gemacht, morgen rausgeballert, so, das muss schon alles irgendwie Hand und Fuß haben und irgendwie zu der gesamten Statue passen. Also Unterschiede, ich würde mal so anfangen, rein vom Auftreten her, glaube ich. Die Jungs von Genetik sind ja schon so ein bisschen mystisch, so ein bisschen unnahbar, auch wegen den Masken und so, aber auch das Bild, was sie kreieren, irgendwie nach außen hin, was total cool ist. Also was wir auch total wertschätzen und mich hat es immer schon fasziniert, wenn Bands irgendwie mit Masken auftreten und wenn man da so eine ganz andere Rolle reinschüpft. Also ich persönlich, so aus meiner Metal-Phase, bin ein riesen Slipknot-Fan und es ist halt auch einfach für mich einfach krass, welche Energie das erzeugen kann, halt auch, was es auch rausträgt an den Zuschauern und so weiter. Also da ist ein klarer Unterschied und ich würde sagen, wir sind halt einfach dadurch, dass wir so sind, wie wir sind, halt, wir verstellen uns auch irgendwie nicht nach außen hin und sind sehr nahbar, würde ich sagen, so, als Menschen. Also ja, das ist halt auf jeden Fall, das ist echt, ja, auf jeden Fall. Was sind noch Unterschiede? Klar, natürlich, soundlich gibt es Unterschiede, wo wir uns bewegen, das heißt aber nicht, dass es gleichzeitig auch nicht funktionieren kann, weil wenn wir irgendwelche Features zusammen machen, dann klappt es ja auch. Also es passt sowohl als auch, also es geht da auch einher, aber ich würde schon sagen, dass wir da auch in eine ganz andere Richtung gehen, was auch komplett cool ist, dass die Jungs uns gesigned haben, weil wir kein 1 zu 1 Abbild sind, sondern weil wir, also, ja, wir sind eigentlich wo ganz anders, aber trotzdem finden wir uns immer auf einem Nenner und das ist cool. Dann, ihr habt ja schon viel erreicht, was ist denn euer nächstes Ziel oder wo soll es noch hingehen? Also das Big-Ziel auf jeden Fall ist Stadien, Stadien spielen, so, das ist ja auch kein Spaß, 100.000 Prozent spielen wir in spätestens zehn Jahren das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. So, generell, wir halten unsere Ziele immer so an die Live-Sachen, andere sind da, glaube ich, so ein bisschen mit Zahlen oder so, oh, jetzt nächste Mal will ich Millionen-Streams oder will ich Millionen-Klicks und so. Das ist jetzt bei uns nicht so das Ziel, wir definieren das eher in Locations und das nächste, also das nächste Ziel ist, ja, dann 500 da irgendwann zu zocken, dann 1000 da zu zocken, bis man dann irgendwann Herbert-Grönemeyer-mäßig unterwegs ist, ja, das sind die Ziele. Ja, aber jetzt erstmal geiles, eine geile EP rausbringen, bitte lächeln, EP, kommt jetzt in Kürze diesen Monat und ich weiß gar nicht, dass ihr released seid, aber diesen Monat und dann, ja, sind wir noch weiter am Musik machen die ganze Zeit. Ja, wir waren Thiago mit 16 Bars und am 31.05. kommt unsere EP, bitte lächeln raus, checkt es aus, wunderschöne Musik von uns für euch, schönen Tag, au revoir.